hallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen folge von outlast ja wir sind in der kanalisation angekommen und ist im wahrsten des sinne des wortes ist es hier scheiße ja ich bin mal gespannt was für fiese sachen drehe zwei ventile auf um das wasser abzulassen sonst geht es aber okay das wasser da müssen wir runter und hier haben wir irgendwie ein lageplan machen ich so ein krach hier einfach da ist es wir sind da und da müssen wir dahin oder wie wo sind wir denn jetzt wir müssen nach links den ersten oder ist der fette wieder scheiße für die ist wieder da oh der fett sack wartet da vorne auf uns wir müssen aber daher er hat uns noch nicht gesehen der sieht überhaupt nicht gut aus ok er sieht uns nicht wie kommen wir denn da vorbei verdammte kacke noch mal ok wir schauen uns mal um da kommen wir nicht hier nein 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 scheiße 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 schnell weg hier schnell weg hier schnell weg hier scheiße dreck wir sind tot wir sind tot wir sind tot ok das war eine schlechte idee ok wir müssen irgendwie an spacki fetti vorbei wir müssen uns echt beeilen wir müssen uns echt beeilen ok so wo ist er jetzt wo ist dieser eierkopf wo ist er und wo müssen wir hin super da kann man nicht weiter so wir müssen irgendwie darüber glaube ich ne ja wo müssen wir hin ich höre ihn zwar aber ich kann ihn nicht sehen ich will hier nicht raus nein ich gehe nein ich gehe ja nicht raus wo ist er denn jetzt oh er kommt da ist er so hier kann er nicht rein du Fettsack der kommst du nie rein da bist du nämlich viel zu fett für so jetzt geht er da runter nein er geht da nicht so jetzt geht er doch weiter dann gehen wir auch mal weiter so jetzt müssen wir mal ganz schnell mal gucken wo müssen wir hin wo müssen wir hin ich habe keinen Plan hier ist ein Tor vielleicht hier runter alter Schwede ist das hier verzwickt und verzweigt okay hier kriegen wir vielleicht durch ja wir können hier durch wow scheiß ist das hier hell oh wir haben das erste Rad gefunden wir haben das erste Rad gefunden ja das erste Rad gefunden so das wäre schön aber hier können wir uns nicht verstecken also gehen wir mal hier durch la 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 oh da ist Fetty wieder da ist er scheiße scheiße jetzt ist die Frage in welche Richtung geht er wir müssen ja irgendwie zum zweiten Rad kommen tja gute Frage nächste Frage ich glaube wir müssen hierher weil hier die ganze Zeit der Fetty rumläuft ja ja wir müssen hier rum irgendwie müssen wir hierher wahrscheinlich daher oh der kann sogar springen der Fettsack ich glaube es ja gar nicht okay jetzt ist er erstmal weg dann gucken wir mal so da ist er wieder oh mir schwarnt ja böse ist das er wieder genau in unsere Richtung kommt einfach hübsch ja ja ich glaube wir verpissen uns besser ja er kommt er kommt oh scheiße oh scheißen dreck weg hier weg hier weg hier so schnell rein la 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 so jetzt müssen wir aufpassen in welche Richtung in welche Richtung geht er denn wo müssen wir denn hin verdammte scheiße hier kommt man nicht durch hier kommt man nicht durch hier ist das zweite Rad okay supi gut oh scheiße jetzt müssen wir aufpassen jetzt nix wie raus hier nix wie raus hier tschüss oh hoffentlich wartet da unten nicht die nächste Kacke auf uns oh alter Schwede ich krieg hier ein Herzklabaster oh wie tief geht denn das okay das sieht nicht gut aus hier das sieht gar nicht gut aus für uns oh oh hier ist irgendwie Wasser da ist eine Leiche wo sind wir denn hier gelandet boah alter hier hängen über Leichen rum alter Schwede ich will hier raus noch mehr Leichen okay okay so jetzt geht es hier weiter oh da ist eine Treppe wo kommen wir denn jetzt raus da gehe ich doch im Leben nicht rauf so um war da jemand nee das könnt ihr vergessen oder wir laufen wir genau in unser Verderben scheiße ich will eine Waffe haben finde einen Weg aus der Kanonisation haha oh oh nichts leichter als das okay jetzt ist die Frage hier ist zwar schön hell gerade aber ich glaube das ist die Ruhe vor dem Sturm johu der Doktor ist tot wieso ist der Doktor tot okay hier ist gar nichts nur so ein wirrer Typ oh alter ich will da gar nicht runter aber okay ich denke mal wir müssen weiter nach unten wo sind wir denn hier angelangt alter Schwede was haben wir denn hier Male und Female ich vermute mal wir müssen in die Frauenabteilung oder oh geil da kommen die Leichen von oben runter geflogen oh da ist Licht krasse Scheiße was sind wir denn hier gelandet du alter Schwede was geht denn hier ab ist natürlich zu ja warum sollte das auch mal wieder offen sein können wir hier durch ja wir können oh oh wir brauchen bald neue Batterien ich will hier raus wo sind wir denn jetzt hier sind so viele Abzweigen da weiß man gar nicht wo man hin soll okay okay wo sind wir denn jetzt da können wir vielleicht raus aus der Brühe hier okay liegt hier irgendwo was rum nee ne nein warum sollte auch was rumliegen jetzt wir brauchen ja auch nichts oh kacke oh kacke ich will hier ja weg da kommen wir nicht weiter oh kacke wir brauchen eben neue Batterien oh 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 ok würde ich jetzt mal hier her gehen oh wo ist denn hier ein Ausgang Hallo 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 Oh da liegt was da liegt was Batterien ja Bingo Bongo aber wir kommen hier nicht weiter hier gibt es keinen Ausgang okay okay da irgendwas nee also wieder zurück durchs Loch lalalala wir sind ganz entspannt da kommen wir nicht raus ich will hier raus ich will hier raus warum kommen wir denn ah da sind Kisten okay so jetzt sind wir hier auf so einem komischen Stieg gelandet ja das ist ein großes Kino und schwupps sind wir wieder im Wasser oh die Musik wird immer schneller hier kommen wir nicht weiter ah da ist ja da ist eine Treppe oh ich will hier raus oh schon wieder Leichen Batterien wechseln schon wieder ins Wasser das gibt es ja gar nicht laufen wir hier im Kreis oder was ah da kriege ich mal Richtung Licht oh okay da geht es weiter glaube ich da sind schon wieder Kisten okay hier können wir durch irgendwie wird es ja immer dunkler alter Schwinn der Fette ist wieder da ich höre ihn scheiße wo müssen wir denn hier hin nochmal ich höre ihn ganz genau den kleinen Fetti da ist er oh 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 so wir halten uns jetzt mal am Rand vielleicht filmen wir ja den Weg hier raus sieht nicht gut aus sieht gar nicht gut aus ich will hier raus was sind das für komische Pumpen wir stehen gleich im Dunkeln da ist Licht oh oh und Licht aus Licht aus wo ist der Fette wo ist der Fette wo ist er ich sehe ihn nicht ich sehe ihn nicht aber ich höre ihn Scheiße er ist an uns vorbeigegangen ich will hier mal Richtung Licht ich will hier raus oh Scheiße wir kommen hier nicht mehr raus wir kommen nicht mehr raus wo ist denn hier der Ausgang oh mein Gott Fetti läuft hier irgendwo rum und wir finden den Ausgang nicht ich glaube da ist er da ist er jawohl da ist er okay wo müssen wir hin oh mein Gott das ist nicht gut das ist nicht gut und das sind unsere vorletzten Batterien hier kommen wir nicht mehr raus ich glaube hier sind wir aber auch reingekommen so irgendwo muss doch hier ein Ausgang sein das gibt es doch gar nicht das gibt es doch gar nicht das gibt es gar nicht die wollen uns hier total verkohlen oh Scheißen Dreck irgendwie ist hier gar nichts irgendwie ist hier gar nichts was ist denn das was ist denn das oh hier vielleicht ist hier vielleicht unser Ausgang oh Scheißen Dreck oh Scheißen Dreck oh Scheißen Dreck oh Scheißen Dreck oh Scheißen Dreck